Ist die Erde doch eine Scheibe? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Wir gehen jetzt rein in eine sehr, 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 sehr miese Recherche, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und zwar heißt das Video, ist die Erde doch eine Scheibe? Wir trauen uns heute in den Peter rein, meine lieben Freunde. Ja, ich habe extra miese Recherche gesagt, weil ihr wisst ja, dass das mal Thema von einem meiner besten Interviews auf jeden Fall war, was leider nicht mehr online ist und wo dann leider sehr viel Memes und Shitstorm und so entstanden ist, obwohl ich das eigentlich, ja, ich fand's cool, so. Shoutouts gehen raus, Liebe geht raus an Kianosch, wie gesagt, einer meiner geilsten Interviewpartner, die ich je hatte in meiner Comments Café-Zeit. Wir gehen jetzt in das Video rein, wir bleiben unvoreingenommen, gucken uns mal an, was hier für Argumente geliefert werden, so. Wir haben nämlich vor nichts Angst, so. Wir beschäftigen uns mit allen Themen, mit denen sich Menschen generell beschäftigen, einfach weil wir wissen wollen, was Menschen so denken und fühlen und wir verurteilen keine Menschen, weil sie eine andere Meinung haben zu gewissen Themen. Wir hören uns das an, wir müssen das nicht glauben, wir müssen das nicht übernehmen, aber wir können uns das entspannt anhören, ohne irgendjemanden zu verurteilen. Deswegen, Liebe geht raus auf jeden Fall an die Community, schreibt eure Gedanken zum Thema unten in die Kommentare rein, ich denke mal, da wird's einiges geben. Ich liebe euch, denke ich, und der Peter geht los. Let's go. Stell dir vor, ein Mensch, der vorher die Erde und die ganze Welt nicht kannte, wird auf die Erde gesetzt. Dieser Mensch würde natürlich davon ausgehen, dass der Ort, an dem er sich befindet, besser gesagt, der Boden unter ihm, vollkommen flach ist. Auch der Horizont, auf den er schaut, spricht vorerst für einen flachen Ort. Da würde ich ihm doch mal generell jetzt einfach erstmal zustimmen, oder? Er würde vielleicht niemals darauf kommen, dass der Boden gekrümmt ist, also dass das Objekt, auf dem er sich befindet, eine Kugel ist. Ja, das würde, also hört sich plausibel an, Digga. Wäre, glaube ich, bei allen von uns so. Dieser Mensch bist du, nur dass du von Anfang an eingetrichtert bekommst, dass die Erde eine Kugel ist, ohne... Selbst für dich nachzuweisen. Oh shit, man, Alter, wir sind da. Lange Zeit, bevor die Kugelgestalt der Erde als bewiesen galt, gab es schon Schriften, die das besagten. Aber auch hunderte Jahre vor Christus gingen schon Pythagoras und Aristoteles von einer Kugelgestalt der Erde aus. Und Eratosthenes von Kyrene schaffte es sogar, den Umfang der Erde zu berechnen. Zur Zeit von Kolumbus war die Sache immer noch nicht ganz geklärt. Aber Jahre später lieferte Fernando Magellan den ersten handfesten Beweis dafür, indem er die Erde einmal umsegelte. Angeblich. Auch dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht, wurde schon vom griechischen Mathematiker Aristarchos von Samos vermutet. Warte mal, bevor wir jetzt richtig mies reingehen in die Recherche, ich will mal kurz das Feedback aus dem Chat rausholen, Digga, weißt du, wie ich meine? So, Freunde, wer von euch glaubt, dass die Erde flach ist? Eins in den Chat, Digga. Exposed euch, ja, Maniacs. Gotteslästerung, die haben den doch erhängt dann, ne, den Galilä? Seitdem waren die Menschen schon auf dem Mond, was ein unfassbares Ereignis war. Angeblich. Und die Kugelgestalt der Erde scheinbar endgültig bewies. Beste Antwort weder noch, feier ich hart. Das ist ein Insider, Digga, wer weiß, der weiß, weil er weiß, weil er weiß ja schon. Kommen wir wieder zurück auf heute. Es gibt noch eine ganze Gruppe von Menschen, die sagen, die Erde ist doch eine Scheibe. Die sind genannten Flacherdler. Die jutschen Flachis, Digga. Ich nenn sie Flachis. Schaut uns gehen raus an alle meine Flachis, Diggi. Angeblich soll man uns die Scheibenform der Erde verschweigen wollen. Ich bin schon ein kleiner Hacker. Bro, ich sag dir ehrlich, wie Keanu sich den Talk aufgebaut hat in unserem Interview, war der Hammer, Bruder. Ich wüsste, das war der Hammer, Digga. Ey, die Memes waren auch brutal funny, Digga. Muss man so sagen. Ich wüsste mit dir, der hat auch selber mal darüber gelacht, so. Wie er noch in seinem, mit dem Glas, so, mit dem Strohhalm im Glas. Bester Mann, Waller. Ist das eine Fälschung? Ein bisschen seltsam sieht es ja schon mal aus. Das Problem ist aber, dass außer Astronauten niemand die Welt da oben... Dieses Bild hat man doch, dieses Bild hat man doch auch mal genommen. Jetzt mal ehrlich, Digga. In Photoshop irgendwie gepackt und dann den Kontrast verändert und gesehen, dass es im Nachhinein eingefügt wurde, oder? Täusche ich mich da. ...schwerelosen und dunklen Raum erlebt hat. Und solche Bilder erstmal... Das ist auch ein gutes Ding hier. Das stimmt aber, was er sagt hier. Hör mal zu. Ein bisschen seltsam sieht es ja schon mal aus. Das Problem ist aber, dass außer Astronauten niemand die Welt da oben im schwerelosen und dunklen Raum erlebt hat. Und solche Bilder... So. ...der erstmal eine... ...fremde Welt darstellen. Wenn man diese Theorie hört, dass die Erde... Vielleicht Aliens noch? ...tatsächlich eine Scheibe ist, kommen einem erstmal tausende Fragen in den Kopf. Diese Fragen gehen wir jetzt mal durch. Gehen wir mal rein, Digga. Ich bin gespannt. Als allererstes sollen alle Bilder und Videos von der Erde eine Fälschung sein. Die NASA also eine richtige Lügenorganisation. Fühle ich. Aber natürlich dann nicht nur die NASA. Auch alle anderen Sonden fälschen durchgehend Bilder. Zum Teil auch private Unternehmen, die ihre Satelliten in 600 Kilometer Höhe fliegen lassen. Auch alle Videos, Livestreams, viele Nachrichten, Dokumentationen, Lehrbücher und so weiter müssen alle gefälscht sein. Das ist halt schon hart, Digga, wenn du so überlegst, weißt du. Ist das möglich, Digga? Gehe ich von aus. So. Ich gehe davon aus, dass das möglich ist auf jeden Fall. Ist das der Fall auch, dass die wirklich alles gefälscht haben? So, weiß ich halt nicht. Ich weiß es nicht. Seit 1946, als das erste Foto aus dem Weltall gemacht wurde, müssten alle Weltraumorganisationen mit in diesem Plan verwickelt sein. Dann stellt sich auch die Frage so, warum? Warum sollte man da sich so einen Film geben, so einen Riss geben? Weißt du, ich meine, das ist halt schon, guck mal, wie viele Sachen du quasi fälschen musst. Alle Fotos, alle Videos, alle Weltraumorganisationen, alle Bücher, alles. Du musst alles, alle, weißt du, was ich meine, das ist halt schon ein heftiger Aufwand so. Ja, für diese eine Lüge so. Ja, erstmal nicht. Aber schauen wir mal weiter. Die nächste Frage, warum bis jetzt niemand von der Scheibe gefallen ist, wird damit beantwortet, dass am Rand der Erde eine Eiswand ist. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Die Antarktis, wo man wegen dem Antarktis-Vertrag auch gar nicht hinkommt. Man kann schon auf die Antarktis, aber in gewisse Gebiete kommst du nicht rein. Aber die Frage ist auch, das müsste man jetzt halt auch mal selber testen, dass wenn du jetzt, egal in welche Richtung auf dem Meer zum Beispiel irgendwo hinfährst, dass du dann immer auf einer Eismauer triffst. Müsste ja dann so sein. Weiß nicht. ...soll, ist noch meist Spekulation. Es gab aber Menschen, die dort waren. Diese müssten dann natürlich auch mit den anderen unter einer Decke sein. Genau in der Mitte der scheibenförmigen Erde soll dann logischerweise die Arktis sein. Menschen, die angeblich die Welt einmal umsegeln, sollen in Wirklichkeit, ohne es zu wissen, eigentlich einmal ringsherum fahren, weil eine Strömung dort herrscht. Okay. Bei einer Flugzeughöhe könnte man eigentlich... Das ist halt, das muss man auch ganz klar dazu sagen, das ist halt eine richtig heftige Community geworden, diese Flacherdler-Jungs. Die sind hart unterwegs, ja, weißt du, wie ich meine? Die haben richtig auch Wissenschaftler mit dabei und so und haben da Billionen... Die suchen ja schon lange voll viele Argumente und so, weißt du, was ich meine? Also man muss auch da schon, wenn du mit solchen Leuten in eine Debatte zum Beispiel reingehst, dann musst du schon gewappnet sein, weil die sind schon heftig drin in dem Laden so. Es kann rechnerisch bei einem wolkenfreien Himmel die Erdkrümmung sehen, wenn man genau hinschaut. Doch Flacherdler begründen die Krümmung, die ab einer bestimmten Höhe zum Beispiel durch Kameras zu sehen ist, mit Fischaugenlinsen, wodurch so diese Wölbung entsteht. Ist halt wirklich so, dass die meisten Aufnahmen mit Fischaugenlinsen gemacht wurden, so weißt du. Das Problem ist halt, dass ein paar von den Argumenten halt doch echt gute Argumente sind, weißt du. Und auch die Scheiben am Flugzeug zum Beispiel sind gewölbt, so. Dass du eventuell dann mal eine Krümmung siehst, aber du siehst keine Krümmung. Weil ich glaube, wenn du guckst, ab welcher Höhe du eigentlich erst eine Krümmung siehst, da fliegen keine Flugzeuge, da musst du über diese Höhe hinaus. Dass wir auch in so einer Höhe keine flache Erde sehen können. Was ist mit der Gravitation? Sie ist der Grund, warum etwas auf dem Boden fällt, wenn wir es loslassen. Wir wieder auf dem Boden landen, wenn wir springen. Durch die Gravitation des Mondes gibt es Gezeiten auf der Erde. Auch dreht sich der Mond um die Erde und die Erde um die Sonne. Die Erde... Auch was auch heftig ist, ist so, wenn du guckst, wie schnell sich die Erde auch um die eigene Achse dreht und so. Wie heftig das ist und dass wir einfach 0% davon spüren. Ist auch schon krass, weißt du, wie ich meine? Ich find's nur krass. ...wegen der Gravitation auch überhaupt rund. Und das alles gilt auch für die restlichen Planeten. Flacherdler glauben, dass es keine Gravitation gibt, sondern die scheibenförmige Erde sich ständig als ganzes Objekt nach oben bewegt. Und so diese Physik entsteht. Oh shit. Echt? Das höre ich zum ersten Mal. Das heißt, dass wenn wir springen, wir nicht wieder auf den Boden fallen, sondern der Boden zu uns fliegt. Das hört sich erstmal schwachsinnig an, ist aber auf das ganze System übertragbar. Wir empfinden die geheimnisvolle Gravitation, die die Wissenschaftler so endlos fasziniert, ja als eine Kraft, die uns ständig zu sich zieht. Also so etwas wie eine Schw... 9,81 Meter pro Sekunde, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ist G. Das entsteht für alle Objekte. In dem Zusammenhang, welche Kraft diese ist, die die Erde nach oben drückt, wird oft ohne wirkliche Argumente die noch rätselhafte dunkle Materie erwähnt. Isaac Newton beschrieb als erster im 17. Jahrhundert die Gravitation mit einer mathematischen Formel. Was ist mit den wissenschaftlich bewiesenen Gesetzen, die auf Gravitation beruhen oder sie benutzen? Zum Beispiel die Relativitätstheorie von Albert Einstein. Dann müsste Albert Einstein zum Beispiel auch mit im Geschäft sein. Und noch viele andere Wissenschaftler und ihre bewiesenen Theorien auch. Ich meine, Albert Einstein hat vor seinem Tod seine eigene Relativitätstheorie auf jeden Fall hinterfragt. Das steht fest, das weiß ich. Keiner von euch weiß, dass G. 9,81 Meter pro Sekunde waren es doch, oder? Ich habe damit früher viel gerechnet in Physik und so. Dass das immer noch im Kopf drin ist. Ich glaube, das ist richtig, Digga. Da muss ich mir das selbst verifizieren, wenn hier im Chat keiner Bescheid weiß. Ja, nämlich mit der sogenannten Erdbeschleunigung von 9,81 Meter pro Sekunde. Wehe ich jo. Der Lovelock ist stabil, Digga. Was Mathematik, Physik und so angeht, da ist er auch nach 10 Jahren noch stabil. Was ist mit der Sonne? Die Sonne soll auch viel kleiner und viel näher zur Erde sein. Und zwar soll sie genau wie der Mond auch einen Durchmesser von rund 51 Kilometern besitzen und einen Kreis 4000 Kilometer über der Erde machen. Warum sieht man dann aber die Sonne am Horizont untergehen? Die Jahreszeiten würden dadurch entstehen, dass die Sonne mal eine kleinere und mal eine höhere Entfernung zur Erde hat. Fliegt die Sonne dann also ständig mit der Erde nach oben? Einige denken aber auch gar nicht an diese Details, sondern halten sich nur eindeutig daran fest, dass die Erde flach ist und das genauere noch nicht erforscht ist, weil die Möglichkeit uns ja gar nicht gegeben wird, darüber mehr zu erfahren. Ist ein skeptisches Video, Digga. Finde ich nicht schlecht. Weißt du, wie ich meine? So, deswegen ziehen wir uns das auch rein. Weil diese Dokumentation von diesen miesen, tiefen Flacherdlern, Digga, die sind immer so ein bisschen, die sind mir zu mystisch aufgebaut, so. Die gehen gar nicht vernünftig auf Argumente ein. Das wirkt dann immer so religiös für mich, Digga. Das ist schon so wie eine Religion geworden, weißt du. So. Deswegen eigentlich stabiles Video, oder? Was sagt ihr? So gibt es sogar einige, die glauben, dass der Mond nur ein Hologramm ist. Aber was ist mit dem Fakt, dass der Mond von der Südhalbkugel aus andersherum zu sehen ist, also grob gesagt auf dem Kopf steht. Ja, hier bei mir. Bei mir steht der Mond auf dem Kopf, Digga. Ich schwöre, ihr geil. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, what the fuck, Bro? Wie jetzt, Digga? Einfach Mond andersherum. Erster Tag Tulum, so. Ich gucke so. Hä? Sowas habe ich noch nie gesehen. Dieses Phänomen kann doch nur bei einer Kugel stattfinden. Stimmt eigentlich. Krass. Darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Mit den zum Teil sehr einfachen und kleinen Beweisen. Wie zum Beispiel das Experiment mit dem Foucault'schen Pendel. Aber das ist halt schon wild. Weißt du, wie ich meine so? Dass du einfach so auf den Kopf unten dran kleben kannst so. Ist halt krass. Wie auf dem Kopf. Ja, der Mond steht auf dem Kopf hier in Mexiko. Also aus deutscher Sicht. Das ist anders. Die Sichel und so. So. Von unten. Sowas hast du noch nie in Deutschland gesehen, wenn die Sichel so von unten geht. Das ist crazy. Krass, Mann. Ey, Deus. Wäre geil, wenn hier heftige Flacherdler am Start gewesen wären. Sind nicht viele miese Flacherdler hier im Chat, glaube ich, heute? Normal haben wir immer ein paar miese Jungs hier. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass es nicht einen im Chat gibt, der sagt, Nein, Bruder, Sohn. Bei diesem Experiment geht es darum, durch einen Pendel die Rotation der Erde zu zeigen. Der französische Physiker Leon Foucault hängte in seinem Zimmer einen Pendel auf und ließ es hin und her schwingen und markierte seine Bahn. Auf das Pendel wirkten keine weiteren Kräfte, außer die Schwerkraft. Aber er beobachtete, dass das Pendel mit der Zeit an anderen Stellen vorbeischwang. Also die Schwingungsebene des Pendels sich langsam drehte. Krass. So kam er zum Ergebnis, dass es nicht das Pendel war, welches seine Richtung änderte, sondern der Boden, also die Erde. Heftig. Mary fragt gerade, sieht man den Mond in Mexiko auch am Tag? Ja. Dieses Experiment führte er dann öffentlich mit einem größeren Pendel den Menschen vor. Heute kann man diesen... Warum? Achtung jetzt. Das bestimmt jetzt, wird sie mir bestimmt damit was sagen, oder? Verzähl mal. Das ist eine Sache, das habe ich gestern in einem Video gesehen, bei Reels sogar. Da waren so zwei Jungs, die haben so einen Witz gemacht, der sagt so, ey, die Erde ist flach und so. Wie kann das sein, dass wir den Mond und die Sonne gleichzeitig sehen? Irgendwie. Sonne hat noch gescheint und Mond war auch da. An vielen Orten der Erde beobachten oder sogar selber für sich durchführen. 1849 veröffentlichte der Autor und Erfinder Samuel Robotham das Buch Synthetic Astronomy, wo er der festen Meinung ist, dass die Erde eine Scheibe ist und er hatte sogar viele Anhänge. Seit 2015... Was man ganz klar sagen muss ist, dass der größte Teil der Menschheit dachten wir, dass die Erde flach ist, so. Das war früher Common Sense, so. Weißt du, wie ich meine? Es ist relativ neu, dass wir sagen, dass die Erde rund ist oder das bewiesen haben, quasi, so. Allein deswegen finde ich es auch ein bisschen heftig, wenn man dann Leute, die das immer noch glauben oder vielleicht diese Theorie im Kopf haben, vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt sind, aber das einfach so aktuell deren Glauben ist, dass man die dann diffamiert oder als dumme Menschen hinstellt, so. Weißt du, ich finde das ein bisschen übertrieben, wie man mit Leuten umgeht, die ein bisschen crazy denken oder andere Ansichten haben. Im Endeffekt ist es doch egal, ob rund oder flach. Wir müssen unsere vereisten Herzen wieder öffnen, fühle ich. Die ist wieder von irgendjemandem aufgefrischt und diesmal sind so viele überzeugt, dass man es erst gar nicht glaubt, dass sie es ernst meinen. Und sie sind sogar bereit, darüber auf einer wissenschaftlichen Ebene zu diskutieren. Das ist gut, Digga, diskutieren. So welche Videos feiere ich hart, wenn Flacherdler mit anderen Wissenschaftlern, die anderer Meinung sind. Flacherdler Wissenschaftler mit Wissenschaftlern, die anderer Meinung sind, so. Das ist voll interessant, Digga. Wenn die beide auch gute Argumente haben und nicht irgendwie verrückt klingen, sondern einfach so versuchen, plausibel ein paar Sachen zu sagen, so feiere ich. Die Technologie ist so weit, dass man live mit dem Smartphone, welches man in seiner Hosentasche trägt, beobachten kann, wie eine Sonde die Erde umkreist. Was? Das halte ich für ein Gerücht jetzt hier. Viele für fragwürdig. Nur kann man doch leicht herausfinden, ob die Technologie wirklich so weit ist, indem man sich damit beschäftigt, diese Sachen studiert und so weiter. So könnte Theorie... Macht halt keiner, weißt du. ... auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo sich jeder im Laden... Auch die Leute, die sagen, dass die Erde rund ist, machen nicht selber Experimente oder so, weißt du. Bei den meisten, die das sagen, bei denen ist das auch nur ein Glaube. Bei denen ist das wirklich so, dass das einfach beigebracht wurde, eingetrichtert wurde und dann bleiben die halt dabei so. Die meisten beschäftigen sich nicht wirklich mit dem Thema. ... Raumsonde kaufen und in den Weltall zu anderen Planeten schicken kann. Deswegen flasht es auch, wenn zum Beispiel ein Flacherdler... Ich weiß noch, als der erste Flacherdler... ... äh... ... äh... ... äh... ... ich sag keine Namen, der mich konfrontiert hat, so, weißt du, und du dich selber noch nie damit auseinandergesetzt hast, dann bist du auch erst mal geflasht dann. So, dann denkst du dir, what the fuck? Der hat dann Argumente und so und du hast dich selber noch nie damit auseinandergesetzt und denkst dann, krass und so. Weißt du? Das schickt dann einen voll. ... Wir Menschen halten mittlerweile alles für eine Verschwörung, weil man uns oft belogen und betrogen hat, mit dem, was in den Medien gesagt wird. Hä? Du wirst von vorne bis hinten, egal, von Politikern, von Ärzten, von, von, äh... ... ja, von Pharmaindustrie, von Musik, von ganz vielen Sachen halt, Geschichte, Lehrer... Wenn du halt von überall aus angelogen wirst, dann wirst du halt so einer, der niemandem mehr vertraut. Deswegen ist es wichtig, Gott zu vertrauen. Wir müssen eine Verschwörung logisch von allen Seiten betrachten, bevor wir es zu einer Wahrheit machen. Aber anscheinend gehört das zum Plan, um von echten, meist politischen Lügen, wie zum Beispiel der Klassiker 9-11, abzulenken. Was hat der mit dem Sound gemacht, der Cousin? Aber der wird zwar gut, oder? Der Sound ist ein bisschen flach. Das sind aber Lügen, die fatale Konsequenzen haben. Lügen, weswegen dann... Geil, Digga, hier, jetzt haben wir einen da, Digga, einer ist da. Äh, Chuck sagt, Leider hast du bisher noch keine gute Doku zur flachen Erde gesehen, nur so Mainstream-Nasa-Zeug. Alright, man, Alter. Das ist dieser Kanal, interessante Welt. Wir haben uns da schon Videos reingezogen über Camtrails, über ganz viele andere Sachen, Thematiken. Und es ist jetzt kein Mainstream-Kanal und vor allen Dingen kein NASA-Kanal so. Millionen von Menschen sterben. Das sind die Lügen, die man aufdecken muss. Man muss die Waren von den Falschen unterscheiden können. Deswegen könnte es sein, dass diese im Endeffekt falschen Verschwörungen absichtlich in die Welt gesetzt werden, damit dann genau die, die mit einer Verschwörung dann Recht haben, nicht ernst genommen werden. Das ist ein gutes Argument, der Geist, ich weiß dir, so sehe ich das nämlich auch. Schön um, schön um, 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 ja, um die Leute, die dann, das macht das dann halt alles unglaubwürdig, weißt du? Ich könnte mir das vorstellen, dass es auch Verschwörungen gibt, die extra etabliert werden, damit wir uns erstens mit Sachen beschäftigen, die keinen Sinn machen und die zu nichts führen und zweitens dann die Leute, die sich auch damit beschäftigen, dann nicht mehr ernst zu nehmen sind, so weißt du, wie ich meine? Das kann schon sein. Man schmeißt alle absurden Verschwörungen in denselben Topf, wo auch die Wahrheiten sich befinden, um alles wertlos zu machen. So schafft man es, Leute wie euch, also Leute, die die Wahrheit suchen, lächerlich zu machen. So, das war's gewesen, meine lieben Freunde. Entspannte Geschichte auf jeden Fall. Ist die Erde doch eine Scheibe, ja? Schreibt eure Gedanken, dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt stabil. Lasst euch nicht verarschen. Und, ja, macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.